Hallo, willkommen bei Minecraft. Mal schauen, wie mein Freund Shiva an Minecraft zockt. Wie schlecht meine ich damit. Halt jetzt einfach mal deine Fresse. Und ich zerstöre deinen Computer. Du hast kein Gameboy. Doch, habe ich. Ich habe mehr als du. Ja, und... Halt einfach deine Klappe, du Klappkopf. Er hat eine Tierrüstung. Von mir. Von mir. Und Pfeil und Bogen und alles was er hat, ist von mir. Oder, oder, Shiva? Ja, uns interessiert's. Nein, das ist nicht. Und das geht jetzt. Er hat flext. 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 Ja, ja. Von Blatt. Hast du gewusst? Hast du gewusst? Hallo? Nein. Er ist ein Dieb. Was? Ja, er ist ein Bösewicht. Er ist ein Bösewicht. Meinst du mein Vater oder mein Vater? Mein! Kommt doch! Oh Gott! Er ist ein Bösewicht. Hilfe! Ja, gelöslich! Ah, mein Vater kommt doch! Fah!